Willkommen in der Welt von Marvel. Superhelden-Duell. Gleich heißt es Hammer gegen Faust. Dabei sehen wir uns die Kampfkünste von Thor und Hulk etwas genauer an. Also Thor lässt es wie üblich ordentlich krachen. Ach, drauf gespuckt. Tja, er hat eine 96%ige Zertrümmerungsrate. Und du hast immer gedacht, dass du mich umhauen könntest. Da, was sagst du? Auf alte Zeiten? Ring frei für die zwei Giganten. Ich würde dir nur ungern den Blächeln verbeulen wollen. Und schon schwingt Thor seinen Hammer und wirbelt herum. Hulk weicht aus, dreht sich zur Seite und drückt Thor zu Boden. 1 zu 0 für Hulk. Bereit für die zweite Runde! Mjölnir! Thor ruft nach seinem Hammer Mjölnir. Und der kommt angeflogen. Hulk kann ausweichen. Schon gibt es einen Hammerwirbel. Er lässt seine Energie explodieren. Doch Thor springt elegant über ihm hinweg. Und Mjölnir bohrt sich in die grüne Brust. Jetzt steht es 1 zu 1. Da bringt mir noch einer den Hammer. Ich glaub, der ist jetzt richtig sauer. Der große Grüne sieht rot. Thor, bring dich in Sicherheit! Du bestehst deine Niederlage ein? So kenn ich dich ja gar nicht! Dafür gibt's ordentlich Haue! Rechts, links, rechts, links, rechts, links! Oh Mann, das tat weh! Aber keine Angst, Thor steckt das locker weg! Hört auf damit! Er ist der Stärkste und du bist der Hübscheste! Oder andersrum! Habt ihr immer noch nicht genug, Jungs? Ich bin auch niger Grünling! Ich zeig dir mal richtig üble Laune! Hey, das wollte ich eigentlich posten! Bis zum nächsten Mal in der Welt von Marvel!